Ich habe mir in dem Webshop ein wunderschönes Mondbild bestellt. Das habe ich jetzt schon verpackt und kriege dann das Bamberger Hörnische zu Weihnachten. Ich war auch auf dem Webshop und habe mir für mein Esszimmer drei schöne Blumenbilder auf Keilrahme, Leinen in 40x40 cm bestellt und war ganz gespannt auf die Lieferung. Sind die auch bei mir limitiert oder sind die unbegrenzt? Natürlich, das sind ja alles Aufnahmen vom Fotografen Gerhard Pauli, dem auch das Fotostudio seit 1985 gehört. Dann habe ich auch etwas Faszinierendes da gesehen. Meinst du die Bilder, die aussehen wie damals das Zeichen von ARD oder Lichtspure und Lichtpunkte? Genau, die sind ja auch auf 30x30 cm und 40x40 cm Acryl. Ja, jetzt haben wir beide was im Webshop gefunden und sind glücklich, dass man nett rumlaufen müsse. Das wäre ja was für mich im nächsten Jahr. Dir auch alles Gute. Alles Gute dir, mein Ei. Jetzt weiß ich auch schon was für mein Knoll. Das bekommt er nächstes Jahr von mir. Bis dahin, dir das Gute. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020